Die Böhmers sind größer. Komm, ich hau dich. Oh, Abwehr. So, als allererstes mal. Heilen? Nein, nicht sparen. So, und ich verwandle mich auch gleich in Freeland. Ja, keine Ahnung. Weil ich es halt kann. Okay. Weiter geht's. Ja genau, hier geht's weiter. Oh, jetzt wusste ich schon weiter nicht mehr, worum es weiter geht. Ich hab grad ein verdammt ungutes Gefühl. Ich hab grad ein verflucht ungutes Gefühl, was auf mich zukommen wird. Ich lass mal den oberen Weg schauen. Ich lass mal den oberen Weg schauen. Monster plattern. Äh, da geht's woanders hin. Hm. Äh. Und jetzt? Äh. Okay. Eigentlich will ich da hoch. Ähm. Ähm. Das ist irgendwie... Irgendwie suboptimal. Meine Güte. Toll. Und jetzt? Na gut. Gehen wir weiter. Ja. Ich hab' ja wohl dahin müssen, aber... Ich hab' ja wohl dahin müssen, aber... ... das macht einfach mit Spaß so... ... komm, aufmachen. Ja, super. Ja, super. Wie hätte ich den... ... dem Scheiß ausweichen sollen. Jetzt komm. Ich sterbe einfach. Geh' einfach sterben. Ich brauch' wieder ein extra Leben. Ähm. Leben. Leben. Juhu. Cool. Super. Ähm. Für mich gibt es eigentlich nichts besseres als Leben. Also... Ist hier irgendwas? Hier irgendwas? Nein, nein. Hier ist wieder was zum Verwandeln. Ist hier der Geheimgang? Ja. Ist mir aber verflucht offensichtlich. Erstmal einen Schluck Wasser darauf. Okay, weiter geht's. Ja, super. Sehr schwer, der Geheimgang. Bam! Äh... Okay... Boah, schon wieder so ein... Boah, Leck... Was leckt denn das so? Ah, neue Fähigkeit für Freedom. Super. Es leckt trotzdem wie die Hölle. Es leckt trotzdem wie die Hölle. Darkfriercraft. Okay. Ähm... Die ist... Was? Ja, 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 ja. Das habe ich mir fast gedacht. Find ich denn mit dem Darkfriercgegner. Aha. Die sich außerhalb deiner Reichweite befinden. Okay. Energie sammeln. Schau mal. Zack, zack. Ah, okay. Ein Hadouken. Also, okay. Dann weiß ich jetzt auch, wie es weitergeht. Sehr schwer. Sehr schwer. Boah, Zickzack laufen. Boah, ich mache wird sowieso nicht leer. Nein! Nein! Fuck. So, hier. Farm. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Und jetzt geht's da hoch. Und weiter geht's natürlich. Ich bin zufällig mal den richtigen Weg gegangen. Ohne das andere auszuprobieren. Okay. War das jetzt richtig? Scheiße. Nein, war das jetzt nicht richtig. Okay. So. Wo ging's weiter? Wo unten ging's weiter? Meine Güte. Okay. Ich bin beim super Orientierungssinn. Ah. Nein. Falsch. Ich bleibe jetzt Frieden. Ich will ihn sein. Es ist viel lustiger mit dunkler Macht zu kämpfen. Ja, genau. Ah ja, genau. Hier ging's runter. Rechts. Ach, das ist etwas, was ich liebe. Wenn die Monster mal tot sind, sind sie tot. So. Das ist heute nicht. Ich hab kein extra Leben mehr. So viel weiß ich noch. Aufzug. Ah, falsch. Den Aufzug hätten sie auch nicht unbedingt direkt am Anfang von dem Dungeon machen können. Ach, ich muss das erst auswählen. Ausrüsten. Hier. Falschere Schlüssel. Keine Schlüssel. Ach, okay. Aufzugsschlüssel. Ha, okay. Oh Gott. Kann ich da runterfallen? Nein, wirklich nicht. Okay. Dann doch nicht, oh Gott. Irgendwie nett gemacht, dass man unten die alte Mine sieht. Okay, hier geht's entlang. Hier geht's auch entlang. Hier geht's noch nicht entlang. Guck mal hier. Leichenhalle. Wow. Nice. Da hab ich irgendwas glittern sehen.